Musik Indem wir mutiger vorangehen. Es gibt viele Vorbehalte in der Selbstverwaltung oder bei manchen Akteuren der Selbstverwaltung. Hier, denke ich, muss man klare Vorgaben der Politik geben, damit also für die Patienten und Patientinnen deutlich wird, welcher Nutzen durch die Nutzung der Daten für Forschung, aber auch für die Versorgung wichtig ist. Also wir haben in Europa eine einheitliche EU-Datenschutz-Grundverordnung, mit der in vielen Ländern sehr gute Erfahrungen gemacht werden. Und ich sehe ein Problem darin, dass wir sehr viele Datenschutzbeauftragte im Föderalismus haben und wir müssen sehen, dass wir beim Datenschutz mit einer Stimme sprechen und nicht mit 20. Ich denke, ein niederschwelliger Zugang ist wichtig, damit also einfach der Bürger diese Daten nutzen kann, dass er auch relativ schnell merkt, welchen Vorteil es hat. Also wichtig ist insgesamt ein niederschwelliger Einstieg, unkompliziert. Und da ist auch wichtig, dass der Datenschutz die Chancen mehr beurteilt als die Risiken.